So, Kameras laufen. Ich nehme jetzt sowohl mit dem Handy, hallo, als auch mit meiner Kamera, hallo, auf. So kann ich diese Ankündigung auf zwei Plattformen, mindestens, eigentlich noch auf mehreren, veröffentlichen. Also herzlich willkommen Instagram, herzlich willkommen YouTube, herzlich willkommen wo auch immer es hier noch landet. Kurze Ankündigung. Ich werde morgen live sein und zwar live streamen am 25. März 2023, Samstag, ab 15 Uhr ungefähr werden wir loslegen. Es gibt eine Reaction, der gute Lomdom Silver hat das neue Pingpong Game gespielt, nämlich Mario 64 und mir natürlich auch ein Spiel aufgetragen, was ich als nächstes spielen soll. Das gucken wir uns morgen gemeinsam an und wenn ich dann auch noch Bock und Zeit habe, dann gucken wir uns danach noch irgendwas anderes an oder spielen irgendwas, keine Ahnung. Schaut gerne rein, www.twitch.tv slash frittenfrisörlps, ab 15 Uhr morgen, Samstag. Schaltet gerne ein, ich freue mich auf ihr aus.